Stimmt, wir können ins Uhrenzimmer. Ja, wir können ins Uhrenzimmer. Das ist es, Ted. Wir werden uns Uhren angucken. Also, wenn du Rolex willst, melde dich bitte. Einmal eintragen lassen bei Max. Wir können ins Uhrenzimmer rein. Das ist eine gute Sache. Wir haben Fortschritt. Wir haben Progress. Und ich glaube, es ist sogar das letzte Zimmer, wo wir noch nicht drin gewesen sind. Ich glaube, heute sind wir... Das ist das Gute an der Wärme. Wir sind gewappnet. Uns kann keiner irgendwas. Mir macht jetzt auch nichts mehr Angst, Ted. Ich habe die Hitze überstanden mit euch. Alles andere kann mich nicht mehr schocken. Ja, mach die Tür zu. Ist okay. Wenn man scheißen geht, sollte man die Tür schließen. Nicht so wie mein Vater, der mit offener Tür scheißt. Bist du gerade auf Toilette? Ach, die Toilette ist einfach weg. Ach so. Dann sage ich nichts. Okay, Ted, ich möchte jetzt Antworten haben, bitte. Ganz schnell. Rein da. Ist einer ready? Klopf, klopf. Mein Rolex. Oh, stimmt. Das ging ja nach unten. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ich meine, guck mal. Es gibt einen Keller. Und mitten im Haus gibt es noch eine Tür, wo es trotzdem noch nach unten geht. Das macht doch gar keinen Sinn. Oh Gott. Oh, Luca, wirklich jetzt. Oh, mein Körper. Meine Hände. Hast du keine Tabletten, mein... Was, was der Priester darüber gesprochen hat. Das Ding ist... Das Ding ist aus mir. Ich hab das Gefühl, Luca digitiert einfach weiter. Und er hat... Oh nein, er hat wieder was gezeichnet. What the fuck does this even mean? TikTok. The house is full of clocks. TikTok. Luca hat eine neue Plattform gefunden, Chat. Wir machen jetzt Dämonen-TikToks, Chat. Wir sind da. Geil. Kann mir jemand sagen, wie spät es ist? Ich kenne die Uhrzeit nicht. Warte mal. Okay, wir haben auch hier diese... Diese komischen Dinger, ne? Wir können da nichts reinmachen. Was ist das eigentlich? Wir haben immer noch diesen Kack mit Betonblock. Und da ist noch eine Tür. Jetzt haben wir nichts auch wieder abgeschlossen, Alter. Bitte. Oh, wollen wir wetten, dass die... Hä? Was ist das? Oh, warte mal. Wir haben doch das Werkzeug. Wir können alles. Hä? Wo ganz sagen wir? Wir können ein Safe öffnen. Weihnachten ist da. Wir haben alles. Ja, Mori. Drei Links, zwölf. Das ist... Das ist der andere Part zum Klo, oder? Der andere Part zum Klo, Chat. Wir können ran. Wir können ran an den Speck. Ran an den Speck. Wir ernähren uns. Was ist hier drin? Nichts. Super. Freude macht sich breit. Ich schwör's euch. Jetzt frage ich mich, warum hat Opa solche Gas-Tanks hier drin stehen? Was ist da los? Das ist alles? Warte mal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Ich denke, wenn wir den Safe öffnen, dann werden wir die Dinger dafür bekommen, oder? Das ist das Einzige, was wir hier gerade aufmachen können. Mehr geht das nicht. Wir haben diesen Zettel. Merkt euch das, Chat? Drei Links. Wahrscheinlich zwölf rechts. Und vier Links. Das müsste es sein. Drei Links. Zwölf rechts. Vier Links. Wir gucken noch mal ganz kurz die Toilette. Sicherheits... Nicht jetzt wirklich. Ich kann das nicht. Ey, ich hab absolut... Schwör mir, hab in die Hose geschissen. Kurzer Köttel hat Hallo gesagt. Boah. Ich war so in meiner Safe-Bubble gerade drin. Das kannst du nicht bringen, Uschi. Das geht nicht. Drecksau, Alter. So eine dreckige... Ohne Mist. Lass die Scheiße. Bitte nicht, ey. Okay, Chat, warte mal. Wir haben... Was war denn das oben? Drei? Drei Links. Zwölf rechts. Acht links. Danke, Cardi. Bürokratin ist dabei. Jawohl. Ich glaube, auf dem Weg zu diesem Safe werden wir dieser Uschi mindestens noch zweimal begegnen, Chat. Also, haltet euch fest. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für Uschi, dich und mich. N steht für Uschi. Ohne N auch dabei. Friedlich und freundschaftlich. Komm doch. Kannst mir nix. Interessiert mich nicht. Ist mir egal. Ich bin frei. Ah! Das war ein Spaß. Das war ein Spaß. Es war ein Spaß. Es war ein Spaß. Gänsehaut. Diese Uhr wird keine Uhr bleiben, Leute. Ich werde gefressen jetzt. Ich komme gleich raus mit Glatze. Okay, ich denke mal, das wird der Safe mit der Kombination sein, oder? Ne, warte mal. Das ist der Safe mit der Uhr. Irgendwas mit den Uhren. Wir müssen irgendwas mit den Uhren machen, damit wir da die Kombination bekommen. Was ist die... Was ist das? Drei links? Ne, warte mal. Drei rechts. Ne, drei links. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich bin der Beste. Warte mal, muss ich immer nach oben... Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hä? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hi. Okay. Okay, wir haben endlich den Aufsatz für die Uhren, Chat. Wir wissen aber nicht, was das bedeutet, ne? Uschi, warte mal kurz. Meine Nippel sind schon hart genug, es reicht jetzt. Was ist das denn? John, mein Sohn. Ich bin alt geworden und war schon so lange auf dieser Welt. Ich bin stolz darauf, was für ein Mann du geworden bist. Und ich bin so glücklich über die Zeit mit meinen beiden Enkel gehener Luca und Chanel, die du mir geschenkt hast. Ich schreibe diesen Brief, damit du eines Tages das alles verstehen kannst, was mir gerade durch den Kopf geht. Und um die Geschichte zu widerlegen, dass ich ein alter Wirrkopf sei. Gott existiert. Und Satan ebenfalls. Mein ganzes Leben lang wollte ich nicht daran glauben, doch mit der Zeit wurde mir klar, dass ich völlig falsch lag. Deine Mutter ist überhaupt nicht krank gewesen. Doch ich konnte ihr trauriges Ende nicht abwenden. Es mag weit hergeholt klingen, aber... Blue Nees ist real. Danke für das Timing-Gewitter! Was für Blue Nees, Junge! Keiner von den Fachleuten konnte die Ursache für ihren Zustand herausfinden. Ganz zu schweigen von einer Behandlung, um ihren Kampf zu erleichtern. Ich wünschte wirklich, dass ich in der Zeit zurückreisen könnte, um ihr zu sagen, ich glaube dir. Ich versuchte 15 Jahre lang, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Ich wollte nur noch ein letztes Mal mit ihr reden. Bald werden wir uns wiedersehen. Und dann kann ich sie um Vergebung anpflegen. Diese Einsamkeit erinnert mich täglich daran. Wie schwer das Leben ohne meine liebste Person auf dieser Welt geworden ist. Wenigstens kann ich ihr Gesicht in jedem Raum dieses riesigen Hauses sehen. Was das Buch angeht. Ich habe wirklich versucht, es zu verbrennen, es zu zerreißen, es zu vergraben, aber es war alles vergebens. Irgendwie kommt es immer wieder zurück. Deshalb bewahre ich jetzt unter Verschluss auf. Ich werde nicht zulassen, dass sich diese Geschichte wiederholt. Danke, dass du für mich der Sohn warst. Den ich immer erträumt hatte. In Liebe, dein Papa. Albert Maxwell. Aber was bedeutet das jetzt mit diesen Ziffern? Ähm. Ja, bitte? Ich habe nichts gemacht. Das ist die Wespe. Die kommt mich holen. Das ist der böse Geist. Okay. Kuckucksohren. Kuckucksohren. Ihr wisst schon, dass uns die Uschi jetzt die ganze Zeit ins Gesicht springt, weil sie Bock hat, ne? Uschi! Friede, Freude, Eierkuchen! Okay, warte mal. Wir bekommen immer ein neues Ziffernblatt. Das heißt, wir müssen von Uhr zu Uhr. Das ist wie ein Staffellauf. Mark, eine wunderschöne gute Ahnung. Wir müssen jetzt nur die Reihenfolge herausfinden. Welche Uhr wann? Welche Uhr wie? Ich habe gar keinen Bock, dass die springt. Das ist ekelhaft. Vor allem dieser laute Sound. Ich habe das Gefühl, ich kriege gleich einen Herzinfarkt-Jet. Davor noch Energy gesoffen, das ist keine gute Kombi. Aber hey, wir überleben. Wir sind krass. Und es kann uns niemand irgendwas. Das einzige, was hier creepy ist, ist diese Scheiß-Statue. Was würde ich Angst haben, wenn die jetzt wieder hier irgendwo steht, ne? Vielleicht an der Uhrzeit. Warte mal, aber es war nicht gerade die identische Uhrzeit, oder? War was anderes. Oben war auch eine im Dachboden. Da stand auch eine. Wir sind den Dachboden noch nicht los, Leute. Aber was muss das? Wir wissen zwar noch nicht, wofür. Ah! Das ist scheiße! Wirklich scheiße! Ich schwöre, ich könnte Payback... Ich hoffe so einfach, ich könnte Payback machen. Einfach einfach... Ja, verschieb dich doch! Ist mir scheißegal! Interessiert mich nicht! Warte mal, das ist aber nicht richtig, oder? Wir müssen das so hinkriegen... Wir müssen das so hinkriegen... Dass da eine Kuckuckuhr rauskommt, ne? Hä? Das verstehe ich nicht. Wir aktiv... Wir machen das einfach jetzt mal so. Ich weiß immer noch nicht genau den Sinn dahinter. Aber wir sind jetzt erfolgreiche Kuckuckungsuhren-Promis. Für immer und ewig. Und Uschi ist auch dabei. Schlag ein, Uschi! Okay, dann nicht. Ich hasse es gerade, hier zu gucken, ne? Das ist so ekelhaft. Unten im Keller war keine, ne? Ich gucke nicht auf diesen Kack-Bildschirm. Ich möchte es nicht. Ihr, wer ist hier? Haben wir hier auch eine Uhr? Ich laufe einfach rückwärts. Dann kann uns Uschi gar nichts. Ne? Okay. Es gibt manchmal Momente, da wünsche ich mir wirklich... Ich könnte mich im Chat verstecken, aber ich... Ach, ja! Das war nur was Grutsches. Nur Paranoid auf Level Doom gerade. Ich glaube nicht, dass du für diesen Stuhl so viel Platz brauchst, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. 8 Uhr 20? Aber... Hä? Ich glaube, das war richtig, Chat. Ich habe keine Ahnung, ob... Ah! Ich kann auch anders, Uschi! Da kommt der Kaltwachsstreifen und dann weißt du, wo vorne und hinten ist. Ich warne dich. Eine falsche Bewegung. Mache ich schneller, Alter 4, als sie lieb ist. Wirklich. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Prinzip nicht. Ich sag's euch. Ich verstehe das Prinzip nicht. Was soll ich tun, Haus? Ich meine... Eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen, wenn sie aufploppt, oder? Das heißt ja, wir werden auf jeden Fall als Luca hier wahrgenommen. Ob positiv oder negativ, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Das ist jetzt erstmal Wumpe. Okay, pass auf. Wir haben noch Uhren im Uhrenzimmer, oder? Alles so sympathisch hier. Ist einfach ein Traum. Ich guck da nicht hin. Ist mir scheißegal. Dafür kauft man noch solche Spiele, oder? Dafür spielt man solche Spiele, oder nicht? Uschi! Warum? Guck mal, warum muss man jetzt hier rumlaufen? Weißt du so? Warum? Das ist doch wieder eine Falle von der Drecksalten. Komm doch! Komm doch, schwingt Hittchen! Zeig dich! Hä? Ich bin fröhlich! Die Gedanken sind frei! Keiner kann sie erraten! Sie ziehen vorbei! Was machen wir hier? Ja? 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 Ich verstehe das nicht. Hä? Also, der Block auf dem grünen Safe, der hat offensichtlich was mit der Kombination zu tun. Alles die gleiche Uhrzeit. Aber warum brauche ich da eine Ziffernblatt für? Das macht gar keinen Sinn. Ich verstehe es halt trotzdem immer noch nicht, ne? Kommt der schon wieder raus? Übersehe ich irgendwas? Was? 1.30 Uhr? 1.30 Uhr? der 1 uhr stand 4 uhr 20 das weiß ich auf jeden fall dass das das ist korrekt aber was bedeuten diese uhren vor allem es gibt es nicht eine erklärung dazu oder nicht eine einzige ich will nicht durch dieses kakaus laufen wir die ganze zeit ihren sprung häschen macht das ist doch scheiße leute bitte manche sachen wurden getriggert warte mal wir haben überall eine andere uhrzeit überall andere warte mal hier auch eine andere uhrzeit ok warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal das ändert sich auch nicht ich glaube wir das sind die wichtigen uren hier in diesem raum und von den anderen uhren holen wir uns nur die richtigen ziffern blättern kann das sein hier wieder eine andere uhrzeit das scheint richtig zu sein das ist falsch das heißt wir brauchen hier kurz vor zwölf oder elf uhr ne elf uhr ist es nicht sondern kurz vor zwölf kurz vor zwölf kurz vor zwölf Uschi wir brauchen kurz vor zwölf es ist kurz vor zwölf Uschi ich kann das nicht ich kann es nicht es macht das auch Sinn dass wir wir müssen durch das ganze wir werden durch das ganze haus gejagt Leute das ganze haus werden wir jetzt durchgejagt wo Uschi uns jedes mal richtig schön ein in die busch reinhauen kann ne scheiß drauf scheiß drauf wir ziehen das durch leck mich gebt die scheiße her interessiert mich nicht kann uns gar nichts die drecksau soll sich mal duschen gehen bei dem wetter die kacke wir sind mehr als Uschi wir haben ich hab mehr Leute hinter mir als Uschi und soviel ist klar und das ist safe 100% komm doch Uschi komm komm fünf vor zwölf ist richtig so das ist richtig ne warte mal das ist nicht richtig wir brauchen hier halb 10 halb 10 halb 10 halb 10 20 nach 8 also 8 uhr 20 wir brauchen 8 uhr 20 wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wie heißt es eh ihr wisst schon 8 uhr 20 das ist was ist das warte mal aber wozu gehört dieses ziffernblatt das ach so das gehört das gehört zu der uhr ne genau 39 8 uhr 20 was ist hier 24 24 warte mal das ist richtig oder ne das ist doch das ist richtig das ist richtig das ist korrekt das ist korrekt wir brauchen noch zwei ziffernblätter wir brauchen wir brauchen was ist das genau wir brauchen wir brauchen äh 9 uhr 30 9 uhr 30 9 uhr 30 ne 9 uhr 30 und 8 uhr 20 9 uhr 30 8 uhr 20 8 uhr 20 9 uhr 30 wir können immer nur eins holen ja das ist ja der sinn dahinter das ist ja das lustige leck mich am arsch du bist so ekelhaft du kannst mich wirklich am arsch kreuzweise wirklich ich sag's wie es ist ist mir scheißegal die kann hier in mein gesicht reinspringen es interessiert mich nicht mit ihrer wabbelhaut weißt du wir machen aus ihr ne ledertasche so sieht das ganze nämlich aus zum schluss und nicht anders ohne witz die soll sich mal was neues ausdenken die kacklappensau was ist das das ist falsch das brauchen wir nicht oder das brauchen wir nicht oder wir haben hier ne das ist die 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 uhrzeit brauchen wir wir brauchen wir brauchen 9 uhr 30 8 uhr 20 das ist nicht 8 uhr 20 und das ist auch nicht 9 uhr 30 scheiß drauf brauchen wir nicht interessiert uns nicht das gewitter ist auch scheißegal und ich benutze gerade nicht den chat um meine augen nicht auf dem bildschirm zu lesen das ist einfach zu richten das ist nur zufalt chat das überschneidet sich gerade überschneidet sich gerade alles andere ist rumpe überschneidet sich wir waren gerade auf dem dachboden haben das da geholt und jetzt können wir noch in die küche gehen können da gucken was das für eine uhrzeit ist und dann wir sind auf jeden Fall am guten weg im klo haben wir keine keine uhr im klo haben wir keine uhr beim opa ist noch ein ziffernblatt was moin Uschi jetzt noch nicht hier das let's go Uschi ich liebe sie du machst mir keine Angst es ist mir alles egal weil du die beste bist Uschilei 8.20 Uhr so wir haben 8.20 Uhr wir haben wir haben das wir brauchen jetzt nur noch 9 Uhr ne was ist das 9.30 Uhr 9.30 Uhr neununddreißig ok Chat einfach auf und zu rennen ich weiß wo ich ich weiß wo ich lang muss ich weiß es ich kann blind gehen hier Luca ist ein super mächtiger Mensch es ist doch alles halb so schlimm also bisher habe ich wirklich echt alles entspannt gefunden bei diesem spiel aber die muss Uschi aufploppen ich glaube das hat sie persönlich genommen jetzt ne das ist pfff das ist das ist geht das ist es ist eine die auf das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sag dir, Uschi, ne? Wenn du dahinter jetzt sitzt mit einer Picnic-Decke, muss ich leider ablehnen. Ich weiß dein, ich weiß dein, deine Aufopferung, ich weiß sie wirklich zu schätzen, aber das geht zu weit. Das geht nicht. Immer noch abgeschlossen. Unsere Kamera kann alles! Warte mal. Das ist eine 6? Könnte eine 6 sein, oder? Jetzt mal ernsthaft. Wir haben doch drei Zahlen jetzt, oder nicht? 6. 1. Warte mal, uns fehlt... Oh, das sind die Zahlen für die Tür. Das sind die Zahlen für die Tür, richtig? 7, 1, 6. Warte mal, das muss, das muss ja ein Jahr sein. Es wird ne 9 sein. Es muss ne 9 noch sein. Das kann ja nur, wir haben vier Zahlen, das kann ja nur ein Jahrhundert sein. Warte mal, das muss ja sein. Es scheint, er hat noch nie das zu Ende Ende. Was ist denn das für eine Uhr? Alter, iii! Ist das nicht die, mit der Hagrid am Bahnhof steht und die Kinder erwartet? Also ohne Uhr, nur mit Lampe? Also... Was war das? Warte mal. Wir können da nichts dranhängen. Gar nichts. Was hat das jetzt gemacht? Warum war das an so einem Gewicht? Warum? Wir können die Oder wieder dranhängen. Warum können wir die Oder wieder dranhängen? Uschi! Unfertige Uhr. Da fehlt was. Da muss was rein. Die hat keine Zeiger. Der hat einen Hülfpunkt. Versuchen wir jetzt den Safe. Zu öffnen. Unfertige Uhr. Nehmen den Betonblock. Und werfe ihn drauf? Ich kann das Gewicht da nicht dran ballern. Das funktioniert nicht. Das will er nicht mit mir machen. Rein wer, Kinder. Also es ist ja bewusst, dass Uschi uns jetzt den Arsch aufreißen wird. Das ist ja klar. Deswegen muss ich mich auch einmal noch mal ganz kurz zu euch in den Chat kuscheln. Weil Uschi ist ja echt hart unangenehm. Oh nein. Oh nein, Luca. Hör auf! Ich kann... Ich kann das noch nicht mehr nehmen. Ich kann es nur nicht. Mein whole Körper ist jetzt weg. Ja, meiner auch. Der ist auch schon taub. Aber mit... Wir ziehen doch durch. Der malt wieder was. Das muss ein Kombination sein oder was. Was? Hä? Safe? Oh ja. Ja. Links. Rechts. Links. Safe. Safe. Der Safe. Uschi, aus dem Weg. Weg mit dir, du Geringverdienerin. Kannst dir nicht mal Klamotten leißen, du dreckst da. Das reicht mir. Luca, wir retten dich. Wir holen dich da raus. Alles ist wuppe jetzt. Interessiert uns nicht mehr. Was haben wir denn? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir brauchen das Buch. Wie viele Striche waren das? Also, wir haben nach links... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Elf nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Elf, sieben... Vier. Elf, sieben, vier. Ist noch ein Strich da... Nee, nee. Elf. Oder zählt das... Die Pfeilspitze noch als Zahl mit dazu? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Eins, zwei, drei, vier. Okay, machen wir mal zwölf... Machen wir zwölf... Machen wir acht... Machen wir fünf. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht, neun, zehn, elf, zwölf... Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben... Acht, eins, zwei, drei, vier, fünf... Oshiii! Können wir das Geld nicht einfach mitnehmen und glücklich werden bis an unser Lebensende? Vielleicht... Johnny? Johnny? Oh! Wir haben noch zwei Türen, die nicht aufgeht. Oh, da hat jemand Johnny gesehen. Johnny, bist du da? Johnny? Johnny? Oh, Johnny. Warum hast du die Tür abgeschlossen? Oh, Johnny. Erlöse uns. Das ist Papas Zimmer? Was ist hier passiert? Oh, nein. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Okay, Hase hoch. Schlange unterhalb der Ratte blieb da. Hai tief. Was ist das denn jetzt für die wieder für eine Abiprüfung hier? Warte mal, in der Uhr... Wahrscheinlich wird der Stein... Warte mal, den können wir nehmen, oder? Ja, safe. Okay, Leute, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier... Warte mal, wir haben eins, zwei, drei... Und das war's. Wo ist denn das andere Gewicht? Warte mal, vielleicht brauchen... Ah, hier. Ich bin zu viel, schon. Okay, warte mal, das ist ein... Das ist ein kleines Gewicht, würde ich sagen. Wobei, das ist das kleinste Gewicht. Das heißt, das kleinste Gewicht hat am wenigsten Anhebung. Junge, das ist ja jetzt schön. Leute, wir können Wagen spielen jetzt, shit. Was passiert hier? Okay, da passiert fast gar nichts. Da passiert fast gar nichts. Der Hase sprang in die Luft. Und ließ die Freunde zurück. Das heißt, der Hase ist am höchsten. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da. Während der Hai in den Tiefen diesen Planeten dachte. Der Hai ist am tiefsten. Der Hai ist am tiefsten. Hai am tiefsten. Schlange blieb da. Schlange blieb da. Schlange blieb... Die Schlange blieb da. Der Hase sprang in die Luft. Kein Gewicht. Die Schlange unterhalb der Ratte. Unterhalb der Ratte. Hase nach oben. Ei ganz unten. Warte mal. Okay, warte mal. Ah, warte mal. Stopp, 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 stopp. Ich glaube, die Anordnung ist korrekt, aber... So rum. Warte mal. Die Schlange unterhalb der Ratte. Unterhalb der Ratte. Jetzt. Jetzt. Ah, so oben. Schlange unterhalb der Ratte. Wissen wir das vielleicht in der Reihenfolge machen? Oder... Das muss nach oben gehen, Leute. Das muss nach oben gehen. Die Dreckstau, die will nicht. Nochmal lesen, pass auf. Um den Vogel zu retten. Was ja offensichtlich der Vogel da ist, oder nicht. Sprang der Hase in die Luft. Und lief die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da. Während der Hai in die Tiefen diesen Plan ertachte. Welchen Plan? Hase springt in die Luft. Hase springt in die Luft. Ich kann's nicht abnehmen. Und ich kann's nicht abnehmen. Hä? Hex, Hex. Wir hatten's richtig. Es war richtig. Junge, wir sind ein Genien. Fuckin' Genien, Luca. High five, Alter. Du geile Sau. Wenn das jetzt nicht die vierte Zahl ist, dann weiß ich auch nicht. Es kann auch nur ne neun sein, Chat. Jetzt mal ganz ehrlich. Es ist gar keine Zahl. Perfekt. Super. So, this is the book, that everyone was talking about. Blue Nees. Vor vielen, vielen Tagen gab es eine Kreatur mit unbekanntem Namen. Sie hatte stets alleine gelebt und nicht nach Gesellschaft gestrebt. In einer eisigen, kalten Nacht erlebte sie eine Plage und schlief dann für zwei Tage. Am dritten Tag erwachte sie in völliger Dunkelheit und fühlte sich geschmiert. Oh Graus, ihre beiden Augen waren verschwunden. Die Kreatur kroch aus dem Bett und krabbelte auf der Suche nach ihren Augen umher. Doch diese fand sie nicht mehr. Leute, alle, die da besessen waren, haben das Augenlicht verloren. Sie kroch und schlurfte und ihre Knie wurden blau und taub. Ihre kullernden Augen wurden zu Staub. Bis heute will sie es nicht eingestehen und ihre Suche muss fortbestehen. Fühlt sie nicht so schön an gerade, muss ich sagen. Ich meine, es sind gezeichnete Augen, ja, aber... Jetzt nimm dich in Acht vor den Augen und schalte das Licht ein. Denn wenn du nicht entkommst, dann sind deine eigenen bald sein. Er fürchtet das Licht. Nutze etwas Helles, um dich zu schützen. Wie bitte? Wie bitte? Wie gemütlich! Mein Name ist Johnny. Ist das so? Das ist ja schön! Was ist das? Oh nein! Natürlich können wir nichts da reinschmeißen. Wir brauchen irgendwas. Leute, was ist hier los? Was ist das jetzt für eine abgefuckte Kacke hier? Hallo, Johnny? Johnny, nicht schön jetzt! Wirklich nicht! Wir haben 40 gerade im Schatten! Und du kommst hier! Mit deiner Bumsart, oder was? Warum haben wir das gespielt, Leute? Jetzt mal ganz ehrlich. Muss das sein? Muss das jetzt sein? Jetzt mal ohne Spaß. Gar keine Lust! Ich habe einen neuen Freund. Sein Name ist Blue Nees. Ah, toll. Das ist ja sympathisch. Ich glaube, die Uschi ist jetzt ein kleines Problem. Hä? Hier ist alles umgebaut. Alles. Was geht hier ab? Was? Helden? O-O-O-O-O-O-O-O-O Er hat Plump gemacht. Tausendmal berührt. Tausendmal Johnny nix passiert. Tausendmal eine Nacht. Auge hat Plump gemacht. Johnny? Ah! 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 Ich hab nicht eingestimmt zu nem Tänzchen, Johnny. Da bin ich raus. Bin ich mir zu schade? Wirklich jetzt, ne? Das Auge. Warum ist es da drin? Warum? Oh, oh. Was denn hier los, Junge? Ich... Arsch! Arsch! Das reicht. Arsch! Noch nie eine falsche Bewegung und ich schwöre es dir, ne? Wir werden keine Freunde brauchen. und ich schwöre überlebt. Ich schwöre es dir in den Hurtrodarten Ich schwöre es dir. Und hier sind alle tollen Sie, heute Update als die Vorrede corporationbeizwh習 siempre ein suits Schilder Dr. Vielen Dank.